Herzliche Grüße aus der niedersächsischen Staatskanzlerin Hannover nach Osnabrück zum Caritasverband in der Diözese Osnabrück. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahren. 100 Jahre, das ist schnell gesagt, aber wenn man eine Sekunde nachdenkt, dann merkt man, das ist eine lange Zeit, viele Generationen, Tausende von Menschen, die in den unterschiedlichsten Bereichen sich sozial engagiert haben, die auf ihre Weise anderen Menschen geholfen haben, hauptamtlich, ehrenamtlich. Und das ist wirklich ein guter Grund im Namen von etwa 7,8 Millionen Niedersächsinnen und Niedersachsen ganz herzlich Dankeschön zu sagen.